Hallo Leute, willkommen zu einem kurzen Infovideo hier auf unserem Kanal. Und zwar geht es darum, dass Tomb Raider und Fallout 4 bis zum 1.12. nicht mehr fortgesetzt werden, denn ich habe Internetprobleme. Am 1.12. kriege ich dann meine neue Leitung und zwar die 100.000er Leitung von der Telekom, dann sollte das auch alles wieder funktionieren. Deswegen wollte ich euch nur kurz Bescheid geben. Ach ja, dann kommen aber auch am 1.12. dafür drei Folgen raus von jedem der beiden Projekte. Die anderen Projekte laufen natürlich normal weiter auf diesem Kanal. Also ich würde mich freuen, wenn er bei der nächsten Folge dann wieder einschaltet, wenn es dann wieder heißt Let's play Fallout 4 und Let's play Rise of the Tomb Raider. Also dann, ciao!